Unterwegs bin ich viel. Ich liebe es auch total, unterwegs zu sein, aber das schönste daran ist eigentlich immer wieder anzukommen und zu wissen, dass da wo man ankommt, man gerne ist. Ja, hell kann auch entlarvend sein. Ich liebe die hellen Stunde. Ich liebe es auf zu sein, wenn es hell ist, aber alle anderen noch schlafen. Zuhause ist für mich, wo meine liebsten Menschen sind. Pferde erden mich total. Wenn ich mit Pferden bin, dann bin ich total im Moment. Da geht nur das eine. Mit Tieren insgesamt kann man nicht 300 Sachen gleichzeitig machen und das ist entschleunigend und schön. Also am tollsten finde ich es, Fortsetzungsträume zu haben. Das passiert mir selten, aber wenn es passiert, ist es großartig. Also im Leben wünsche ich mir natürlich ein Happy End. Für alle Menschen und für jeden und für mich. Im Film finde ich es wunderschön, wenn es nicht immer ein Happy End gibt. Ich freue mich nicht. Das war Tá ohne Steuer! Ich freue mich mal! Vielen Dank.